Dodge & Burn like a Pro in Lightroom. Ziemlich reißerischer Titel, oder? Aber ich glaube tatsächlich, dass ich dir heute einen Weg zeigen kann, wie du wirklich richtig gut in Lightroom Dodge & Burn betreiben kannst. Jetzt wird der eine oder andere vielleicht sagen, Mensch, wie kann er nur? Dodge & Burn, so richtig funktioniert das doch nur in Photoshop. Nein, ich glaube inzwischen kann man das auch echt gut in Lightroom machen und ich möchte dir heute den Weg zeigen, wie das Ganze funktioniert. Zusätzlich dazu natürlich auch nochmal der Hinweis auf die Portrait Toolbox, die ich rausgebracht habe auf www.lightroom-system.de. Kannst du die dir kaufen, erwerben, herunterladen und direkt auch benutzen. Das sind keine normalen Presets, sondern da geht es darum, dass man ganz viele Mini-Presets hat, die man alle miteinander kombinieren kann, die man stacken kann. Und dadurch, dass es über 100 Mini-Presets sind, hast du Millionen von Möglichkeiten, deine Bilder damit zu bearbeiten. Also richtig cool. Ich zeige dir jetzt aber an dieses Bildes, wie du dann natürlich diese Dodge & Burn Techniker ohne die Portrait Toolbox machen kannst. Also keine Sorge, ich werde sie jetzt nur am Anfang kurz nutzen, um eine gewisse Grundbearbeitung noch zu machen. Das heißt, ich stelle jetzt hier einmal kurz auf Profil Portrait, Dynamikumfang ein kleines bisschen erhöhen. Ich werde die Haut ein ganz kleines bisschen weichzeichnen. Das werde ich aber nur so zu 30, 40 Prozent, sage ich mal, machen. Und dann gehe ich noch ganz kurz ein bisschen in Dodge & Burn rein und werde jetzt natürlich nicht das machen, was ich eigentlich machen möchte, sondern ich werde hier nur einmal einen Hintergrundspot noch einfügen und außen herum so eine kleine Vignette noch machen. So, das reicht mir schon vollkommen aus. Jetzt geht es darum, wie kann ich Dodge & Burn in Lightroom machen, like a pro. Und pass auf, wir gehen in das Maskenmenü und ich möchte jetzt zum Beispiel die Haut ein bisschen aufhellen oder ein bisschen abdunkeln an manchen Stellen. Dafür werde ich mir jetzt eine neue Maske erstellen. Ich werde die Person auswählen. Das ist jetzt in dem Fall hier nur eine Person und jetzt kann ich hier ja verschiedene Bereiche von der Person auswählen, zum Beispiel die Haut im Gesicht oder auch die Körperhaut. Und ich möchte jetzt erstmal nur ganz explizit nur im Gesicht Dodge & Burn betreiben. Das heißt, ich will jetzt erstmal nur die Haut im Gesicht aus. Das habe ich jetzt hier oben einmal als neue Maske drin. Und ich möchte jetzt mir eine Maske für das Dodgen, also für das Aufhellen und eine Maske für das Burn, also für das Abdunkeln erstellen. Das heißt, was ich jetzt mache, ich drücke jetzt einmal die Optionstaste oder die Alt-Taste und dann kommt hier nicht mehr hinzufügen oder subtrahieren, sondern Schnittmenge bilden. Das bedeutet, der gemeinsame Nenner wird quasi erstellt und ich werde jetzt hier einmal den Luminanzbereich auswählen. Und jetzt habe ich einmal die Möglichkeit, hier die hellen Bildbereiche auszuwählen. Ich will jetzt hier einmal so wirklich, naja, es kommt immer so ein bisschen auf das Bild drauf an, wie viel wir davon auswählen wollen. Ich möchte hier wirklich nur die hellen Bildbereiche. Nehmen wir mal noch ein bisschen weiter zurück. So ungefähr, also wirklich von, sagen wir mal von 95 und dann lasse ich hier noch so ein bisschen die weiche Kante rein spielen. Die geht ungefähr bis 70. So, jetzt habe ich nur die hellen Bildbereiche ausgewählt, die im Gesicht vorhanden sind. Und was ich jetzt machen kann, ich könnte jetzt natürlich einfach sagen, hey, ich helle die jetzt hier einmal komplett auf. Kann man machen, ja. Macht aber meiner Meinung nach nicht so viel Sinn, sondern was ich jetzt noch machen kann, ich kann jetzt natürlich immer noch individuell sagen, ich möchte nur ganz bestimmte Bereiche davon aufhellen. Und deswegen klicke ich jetzt hier nochmal die Optionstaste und sage jetzt nochmal Schnittmenge bilden und nehme jetzt einen Pinsel. Und jetzt kann ich mit dem Pinsel die Bereiche auswählen von diesen hellen Bildbereichen im Gesicht. Das heißt, ich könnte jetzt hier mit dem Pinsel einstellen, die weiche Kante stelle ich auf 100, den Fluss vielleicht sogar ein kleines bisschen runter, damit man hier so mehrmals dodgen und burnen kann. In dem Fall jetzt erstmal dodge. Und jetzt könnte ich auch die Größe natürlich noch ein bisschen kleiner machen. Und zum Beispiel könnte ich jetzt hier unter den Augen so ein bisschen die Augenringe, also Augenringe in Anführungsstrichen hat sie ja kaum, aber ich könnte jetzt hier unter den Augen das Ganze noch so ein bisschen mit dem Pinsel maskieren. Ich habe jetzt natürlich hier noch nichts ausgewählt, müsste jetzt die Belichtung noch ein bisschen nach oben drehen. Zack, und jetzt siehst du, dass wir hier unter den Augen ein kleines bisschen mehr Belichtung reinbekommen. Und jetzt muss ich natürlich entscheiden, wie viel mache ich das. Ich will es jetzt mal nicht übertreiben, aber so ein, zwei Pinselstriche hier rüber machen. Das lohnt sich hier auch mehrmals drüber zu fahren, weil ich wie gesagt den Fluss runtergestellt habe. Und jetzt siehst du hier, haben wir das Ganze hier unter den Augen so ein kleines bisschen aufgehellt. Vorher und nachher. Und schon sieht das Ganze wieder ein bisschen frischer aus. Jetzt können wir auch hier über den Nasenrücken einmal so ein bisschen rübermalen, den so ein bisschen aufhellen noch. Ich kann den Pinsel ein bisschen größer machen, hier die Stirn so ein kleines bisschen heller machen. Und gleichzeitig weiß ich aber auch, dass ich hier außenrum dann nachher noch ein bisschen abdunkeln möchte. Ich kann hier über die Wangen so ein kleines bisschen rüberfahren, hier so ein bisschen aufhellen und hier auf der Seite auch. Und jetzt haben wir die Stellen aufgehellt, die wir aufhellen wollten. Ich kann natürlich noch sehr viel mehr machen. Das ist jetzt erstmal wirklich nur, um das mir mal kurz zu zeigen. Und ich nenne die Maske jetzt mal noch um in Gesicht Dodge. Damit ich noch weiß, was ich getan habe. Und jetzt mache ich eine weitere Maske. Person auswählen. Mache jetzt im Endeffekt genau dasselbe nochmal. Haut im Gesicht. Maske erstellen. Und diesmal wieder die Optionsstaste drücken. Mit dem Lominanzbereich schneiden. Diesmal wähle ich jetzt nur die dunklen Bildbereiche aus. Und jetzt muss man hier wieder so ein bisschen gucken, wie viel will ich auswählen. Ich weiß, ich habe jetzt hier nur sehr wenig von den hellen Bildbereichen ausgewählt. Jetzt könnte man hier wieder so ein bisschen reingehen und sagen, wie viel man davon haben möchte. Ich glaube, hier können wir relativ viel auswählen. Das kommt, wie gesagt, immer so ein bisschen auf das Bild drauf an. Das ist jetzt persönlicher Geschmack, wie viel du davon auswählen möchtest. Und jetzt drücke ich nochmal die Optionstaste. Sage wieder Schnittmenge bilden mit einem Pinsel. Diesmal stelle ich die Belichtung hier mal auf minus 30. Ansonsten ist der Pinsel hier noch gut eingestellt. Und jetzt könnte ich zum Beispiel hier mal außenrum ein bisschen malen. Und damit hier außenrum die Stirn noch so ein kleines bisschen abdunkeln. Genauso hier unten am Rand der Wange. Und ich kann hier auch super gut einfach über das Kinn rüber malen, weil ich habe ja nur das Gesicht ausgewählt und nicht den Hals. Das heißt, oder auch hier den Hintergrund. Auch hier wird nichts passieren. Ich kann hier einfach drüber malen. Es passiert nichts. Ich male nicht auf den Hintergrund drauf, weil ich ja, wie gesagt, nur das Gesicht ausgewählt habe. Und damit können wir jetzt hier schön nochmal so ein bisschen Konturen reinbringen. Auch hier an der Nase, an den Seiten, möchte ich das Ganze noch so ein bisschen abdunkeln, damit die Nase dadurch so ein bisschen, ja, sie wirkt dadurch einfach so ein bisschen schmaler nochmal. Und genauso kann ich hier die Augenlider hier oben so ein bisschen, also über den Augen noch so ein kleines bisschen abdunkeln. Sehr schön hier an der Seite will ich noch ein kleines bisschen abdunkeln. Und auch hier gucke ich jetzt mal wieder vorher, nachher. Und wir haben schon eine ganze Menge geschafft, wie ich finde. Und wenn wir jetzt mal beides ausblenden und wieder einblenden, so sah es vorher aus. Und so sieht es jetzt aus. Und wir kriegen dadurch halt wesentlich mehr Details wieder ins Bild. Wir machen das Ganze wieder ein bisschen 3D-mäßiger, können bestimmte Bereiche wieder ein bisschen hervorheben, andere ein bisschen im Schatten verschwinden lassen. Und ich sage dir eins, du kannst natürlich auch jederzeit, wenn du hier noch näher an das Bild heranzoomst, vielleicht auch 50 Prozent, dann kannst du natürlich noch wesentlich genauer arbeiten. Jetzt kann ich hier wieder reingehen, könnte jetzt diesmal sagen, Gesicht, Burn. Und ich kann jetzt wieder in die Maske zum Beispiel rein wechseln, hier mir den Pinsel wieder nehmen, in den Pinsel reingehen und jetzt könnte ich hier wieder weiter malen mit dem Pinsel und das hier weiter ein bisschen auffällen, hier unten das Kinn noch ein bisschen heller machen. Und dann gehe ich wieder in das Gesicht Burn rein und dunkel hier noch ein bisschen weiter ab. Und so kann ich jetzt sehr, sehr präzise hier wirklich mein Gesicht oder das Gesicht vom Model modellieren. Das funktioniert meiner Meinung nach richtig, richtig gut. Und ich kann natürlich auch jederzeit sagen, hey, ich möchte das Ganze hier noch ein bisschen dunkler machen von der Belichtung. Dann sieht man hier, wird es insgesamt dunkler. Aber so minus 0,3 ungefähr reicht meiner Meinung nach vollkommen aus. Aber das kann man, wie gesagt, alles im Nachgang noch einstellen und das finde ich richtig cool. Und so kannst du wirklich relativ easy, fast genauso gut wie in Photoshop, meiner Meinung nach inzwischen, Dodge & Burn in Lightroom betreiben. Wichtig ist halt einfach zu wissen, wie man so eine Maske erstellt. Also ich könnte natürlich auch jederzeit zum Beispiel so eine Maske hier erstellen, so eine Grundmaske, wo ich nicht nur das Gesicht auswähle, sondern zum Beispiel halt auch noch die Haut vom Körper. Das kann man ja miteinander kombinieren. Dann darauf mit einem Luminanzbereich das Ganze schneiden und dann den Pinsel dazu nochmal schneiden. Und dann kann ich mir das entsprechend hier wieder reinmalen, wo ich möchte. Aber hier sieht man jetzt sehr, sehr gut, wo ich mit dem Pinsel gemalt habe. Auch dass es hier an der Stelle zum Beispiel nicht über das Gesicht hinausgeht und in den Hintergrund reinmalt. Und genauso hier auch meine Dodge-Maske funktioniert. Meiner Meinung nach an dieser Stelle genauso gut. Also eine richtig coole Sache. Guck es dir mal ein bisschen genauer an. Ich finde es richtig cool. Und wenn man halt entweder Photoshop nicht hat oder auch nicht in Photoshop wechseln möchte, kann man inzwischen halt Dodge & Burn auch sehr, sehr gut einfach nur in Lightroom machen. Ansonsten, wenn wir darüber jetzt hinaus sind, können wir natürlich gerne auch nochmal die Porträt-Toolbox benutzen. Wir können zum Beispiel die Augenbrauen einfach noch ein bisschen abdunkeln. Wir könnten auch die Augen noch ein bisschen mehr betonen. Finde ich auch sehr, sehr schön. Die Zähne könnten wir noch ein kleines bisschen auffällen. Das sind alles einfach nur einzelne Klicks, die wir machen können, um sofort ein besseres Ergebnis zu haben. Wir können die Lippen noch ein bisschen weicher machen oder wir können ihr auch einen Lippenstift geben. Zum Beispiel hier einen Lippenstift Rosé. Gefällt mir an dieser Stelle nicht ganz so gut. Wir könnten aber auch die Lippen einfach abdunkeln. Wir haben tausende Möglichkeiten. Wir können die Haare mit mehr Glanz versehen. Das mag ich hier an dieser Stelle zum Beispiel sehr, sehr gerne. Ich gehe mal, zoome mal hier wieder raus. Dann können wir hier zum Beispiel noch ein bisschen Glanz in die Haare packen. Sehr schön. Gefällt mir gut. Und am Ende vielleicht noch im Final Touch einfach so ein kleines bisschen Kontrast in den Mitteltönen. Und schon haben wir hier ein sehr, sehr schönes Ergebnis, wie ich finde. Ich hoffe, dir hat dieser Trick oder dieser Tipp gut gefallen mit dem Dodge & Burn, wie man es wirklich meiner Meinung nach jetzt mit diesen Maskentechniken auch sehr, sehr gut in Lightroom machen kann, ohne dass man da irgendwie was übermalt und so. Und auf der anderen Seite, schau dir auf jeden Fall mal die Portrait Toolbox an. Die gibt es auf www.lightroom-system.de. Da gibt es auch eine Preset Toolbox, wenn du eher mit Landschaften, Städten und so weiter unterwegs bist. Und natürlich gibt es auch Lightroom Kurse. Lightroom Lernen für Anfänger, für Fortgeschrittene und für Profis gibt es dort. Und wenn du ganz einfach anfangen möchtest, kostenlos anfangen möchtest und sie noch nicht hast, die Lightroom Formel 80 Seiten PDF, kannst du dir kostenlos herunterladen. Alles, was du dafür tun musst, ist, dich einfach einmal in den Newsletter einzutragen und schon bist du mit dabei und kriegst kostenlos das E-Book. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Gib gerne einen Daumen nach oben. Wenn du Fragen hast, einfach unten in die Kommentare damit. Und wenn du weitere Lightroom-Videos nicht verpassen willst, dann abonnier auf jeden Fall den Kanal. Würde mich sehr freuen, wenn du hier weiter mit am Start bist. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Fotografieren und vor allem beim Bildbearbeiten.